Was ist der Übergang von der Schule in die Ausbildung oder in das Studium? Ich bin froh, dass wir auch in den Corona-Zeiten, auch wenn anderes natürlich viel, viel besser wäre, Ausbildungsmessen jetzt wieder haben, dass sie stattfinden können, jetzt eben virtuell. Weil solche Veranstaltungen sind wichtig, damit sich die Jugendlichen, aber auch die Eltern informieren können, was es alles gibt und wo man eine gute Chance hat. Die duale Berufsausbildung erfährt eben auch zu Recht eine hohe Aufmerksamkeit. Sie verzahnt Theorie und Praxis und sorgt eben für direkte Einstiegsmöglichkeiten, auch in die betriebliche Wirklichkeit und ist ja auch ein Fundament unseres wirtschaftlichen Erfolges. Das weite Spektrum alleine der rund 320 dualen Ausbildungsberufe bietet für jeden von Ihnen eine interessante Auswahl, eben auch an attraktiven Möglichkeiten und Berufsbildern. Als Auszubildende bzw. Auszubildende können Sie früh Ihren Lebensunterhalt selber verdienen und die Fort- und die Weiterbildungsangebote nach einer dualen Ausbildung öffnen die Tür für Karrieren, auch als Führungskräfte in den Betrieben oder auch den Sprung in die Selbstständigkeit, aber auch bei unserer exportorientierten Wirtschaft oftmals auch ins Ausland. Und wissen Sie, dass Sie beispielsweise parallel zur Ausbildung über Zusatzunterricht die Fachhochschulreife erlangen können oder gerade die Kombination von praktischen Kompetenzen und theoretischem Wissen ist ja oft auch entscheidend für den beruflichen oder unternehmerischen Erfolg. Also überlassen Sie Ihre Berufswahl nicht nur dem Zufall, nutzen Sie aktiv das Angebot der Ausbildungsmesse, informieren Sie sich über das breite Angebot an Berufen, fragen Sie aktiv nach, um sich Ihre Entscheidung für den künftigen Bildungs- und Berufsweg ja auch leichter zu machen und es auch zu konkretisieren. Und lassen Sie sich bitte nicht durch die Corona-Pandemie verunsichern. Die Chancen auf einen Ausbildungsplatz, ihn zu finden, sind hervorragend. Viele Betriebe suchen ja motivierte Nachwuchskräfte und öffnen Ihnen die Tür wirklich in die gesicherte Zukunft. Liebe Schülerinnen und Schüler, ich wünsche Ihnen und allen Beteiligten wirklich interessante Gespräche, einen spannenden Messeverlauf, viel Erfolg für Ihre berufliche Zukunft und nutzen Sie sie, denn hier in Baden-Württemberg werden Sie gebraucht. Danke. Danke.